So, und heute gibt es mal, ja, wieder eine Karte und ich habe ein kleines Banner gezeichnet mit I love you und dann gibt es einfach ganz viel, ja, Elemente drumherum, Blümchen, Blöckchen, Sprechblasen, kleine Federn und du siehst schon, manche Sachen wiederhole ich immer automatisch. Hier ein Briefumschlag, da ein anderer Briefumschlag und paar Wölkchen, kleiner Papierflieger, Krone, alles was mir so einfällt, in die Sprechblasen kam ein paar Sternchen, sieht auch immer super mit dem Herzchen aus, noch ein paar Pfeilchen, ein Herzchenschloss, ein schöner Rahmen und ein Happy Birthday rein und dann ist es eigentlich ja die schöne Geburtstagskarte. Ich habe dann mit den Karin Markers in Orange und in Pink einfach, ja, alles schön ein bisschen koloriert und habe dann noch unten ein bisschen Pink gemacht und habe dann auch noch ein bisschen Grau gemacht, das habe ich übrigens einfach mit einem grauen Textmarker von Farber Castell gemacht. Wie gefällt es dir?